Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ich habe gerade vorzüglich asiatisch gekocht und möchte von asiatischer Kochkunst zu asiatischer Filmkunst übergehen. Und ob uns das gelingt und ob der Film das Level erreicht, das erfahren wir jetzt einmal von Lieben Johannes. Moin. Hallihallo. Und mir, ich bin Till. Hi. So, der Tele-Stammtisch hat mich gemeinsam gekocht, das habe ich selber gemacht, das war tatsächlich vorzüglich. Und jetzt starten wir mit einem Film City Hunter. City Hunter The Movie Angel Dust. Das ist ein Film, der geht 94 Minuten, erscheint am 11. August und ist von Kenji Kodama und Katsu Yoshitakeuchi. So steht es zumindest geschrieben. Zweiteren kennt man quasi gar nicht, der hat noch einen anderen Film gemacht, aber den Kenji Kodama, der hat diverse Detective Conan Filme gemacht. Davon habe ich ein paar gesehen. Weiß nicht, hast du ein paar davon gesehen? Detective Conan, Berührungspunkte? Nee, ich bin zwar Kind der 90er und bin dadurch durchaus mit Animes von Airtel 2 aufgewachsen, aber Detective Conan habe ich nie so wirklich verfolgt und auch nicht. Ich glaube, dieses Jahr startet irgendwie der 27. Film oder so. Krass. Ja, das ist völlig wild. Ja, genau, da hat er ein bisschen was gemacht. Ja, bevor wir jetzt zum Film selbst kommen und deiner Story-Zusammenfassung. Das Ganze, wie viele Anime-Serien bzw. Filme basieren natürlich auf Mangas. Und der basiert auf dem Manga von Tsukasa Hojo oder Hojo. 1985 bis 1991 ist der erschienen. 6.500 Seiten, ich weiß nicht, wie viele Kapitel das sind. Dann kam natürlich die Anime-Serie von 1987 bis 1991. Die ist bei uns später gestartet auf K-Toon. Am 2. Oktober 1998. Dann gibt es eine Real-Adaption aus Hongkong mit Jackie Chan als Ryu Saber. Den habe ich aber nicht gesehen. Kennst du den? Nee, aber ich habe mir die Netflix-Realverfilmung angeguckt, die dieses Jahr gestartet ist. Ja, die ist im April, genau. Vorher schon oder jetzt einfach gesagt, okay, jetzt ziehe ich mir das auch noch rein? Nee, vorher schon, weil auf Netflix auch noch, was war das denn noch? Ich glaube, Golden Kamui, das war auch eine Anime-Realverfilmung. Ich glaube, das machen die aktuell so ein bisschen. Und da habe ich mir dann auch den City-Hunter-Film angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, das habe ich aber noch nicht gesehen, es gibt auch einen französischen Realfilm. Ja, genau, der kam letztes Jahr raus. Und wenn man mal bei Letterboxd guckt, da habe ich auch, ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt durch die Rezension von dem Film jetzt. Da sind auch 90% französische Reviews. Und, weiß nicht, vielleicht ist das einfach ein größeres Ding als bei uns. Keine Ahnung. Aber ich möchte nicht viel vorwegnehmen. Aber ich hätte, vorher habe ich gedacht, okay, vielleicht, manche Filme von City-Hunter gehen auch nicht so lange. Vielleicht gucke ich mir den einen oder anderen mal an. Dann habe ich City-Hunter-Angel das gesehen und habe meine Meinung geändert. Aber bevor wir jetzt richtig durchstarten, schieß mal los, worum geht es überhaupt in diesem Film jetzt? Das mache ich sehr gerne. Im Film begleiten wir Rio Saber. Er ist auch bekannt als der City-Hunter und er ist Privatdetektiv, arbeitet zusammen mit seiner Partnerin Kaori, also berufliche Partnerin. Und in diesem Film bekommen sie den Auftrag von Angie, ihre verlorene Katze zu finden. Aber nach und nach stellt sich dann heraus, da steckt doch deutlich mehr hinter. Und die titelgebende Substanz Angel, das bekommt eine wichtige Bedeutung. Und auch Rio wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ja, das klingt alles wie Film X oder Film Y, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich. Aber wir starten, bevor wir jetzt hier auf den Elefanten im Raum eingehen. Erstmal, wir starten erst mit der Katze. Das ist MacGuffin Nummer 1, dann scheißen wir auf die Katze und dann kommt MacGuffin Nummer 2 und zwar Angel Dust. War das für dich mehr als nur dieser typische, wir jagen Gegenstand X hinterher? Oder war das Angel Dust für dich auch einfach nur so, ja, das ist halt der klassische MacGuffin? Ja, war es für mich auch. Ich habe halt nicht die Serie gesehen, deswegen bin ich da ganz unbefangen rein. Es kann natürlich sein, dass diese Substanz irgendwie schon mal eine Bedeutung hatte, aber da kann ich halt nichts zu sagen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, der Film interessiert sich am Anfang irgendwie relativ wenig dafür, oder? Hattest du auch das Gefühl? Ja, komplett gar nicht, genau. Der interessiert sich, also im Endeffekt sind das zwei Filme a 45 Minuten. Du hast Film Nummer 1, da kommt die gut aussehende Blondine und wird von vorne bis hinten komplett sexuell durchbelästigt. Also in jedes Gefühl, jedes Körperteil und jeden Spruch, in jedes Klischee wird er abgefeiert, was mich ultra abgefuckt hat. Also bin ich ganz, ganz ehrlich, ich bin, also im Anime ist, Anime ist ja auf seine eigene Art nun mal doch eher leider recht schlüpfrig und tendiert zu Sexismus. Aber das hier habe ich so noch nie, noch nie gesehen. Also wirklich, ich habe viel gesehen und viele Vox-Null-Uhr-Filme früher als Jugendlicher. Aber das war crazy. Ja, das ist schon echt hart. Also ich musste jetzt vielleicht so ein bisschen an Jiraiya denken aus Naruto. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, 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 ich bin hardcore Naruto-Fan. Genau, das ist halt so, ne, der alte Mentor, der halt auch die ganze Zeit die Damen beim Baden beobachtet. Mehr macht er in Anführungszeichen nicht. Also früher hätte man hier Ryo wahrscheinlich so irgendwie als Lustmolch betitelt, aber man muss einfach sagen, das ist einfach ein ekelhafter, übergriffiger Typ. Das wird im Film immer so vermeintlich gebrochen, weil Kaori ihn immer fertig macht damit, aber er ist natürlich trotzdem der Held und das ist wirklich, also es ist wirklich, wirklich krass. Ich bin da ganz bei dir, ne, Frauen werden in Animes sehr, sehr häufig sexualisiert und auch diese Proportionen, also ne, riesige Brüste, schmale Teile, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber hier auf die, also das ist ein neues Niveau und das war im Realfilm, der auf Netflix war das viel, viel weniger. Also da fand ich es auch schon unangenehm, aber hier, Alter, also das ist schon krass. Ja, leider, also es war, und dann kommt halt, was noch dazu kommt, es war halt auch leider, ich meine klar, wir sind immer glücklich und dankbar über Screener, sowieso oder so, aber leider auf Deutsch. Ich bin, was Anime angeht, abseits von Ghibli, muss ich tatsächlich sagen, komplett auf OV, also gefühlt schon immer seitdem, ja weiß ich nicht, seitdem ich Animes gucke, glaube ich, abgesehen von RTL 2 natürlich. Wie hast du das in Kombination mit dem Sexismus vor allem empfunden, weil ich fand das sehr grausam, weil die Stimme passt auch nicht. Ja, schwierig. Also ich finde, diese Stimme, die ist so ein bisschen, also das ist eine unangenehme Stimme und ich finde, sie passt irgendwie zum Verhalten von Rio. Aber wenn man sich anguckt, was Rio ja abseits von seinem, ja ne, von seiner, von seinen Gelüsten darstellen soll, so ein cooler Privatdetektiv, der noch so eine militärische Vergangenheit hat, da, auch wenn man sich ihn anguckt, er sieht ja schon irgendwie wie so ein klassischer Held aus, muss ich auch sagen, das beißt sich von der, also das passt nicht gut zusammen, nee. Ja, ja und, ja, finde ich leider auch, das ist auch nichts irgendwie, ich meine, da kann der Synchronsprecher nichts für, so der macht, grundsätzlich macht der einen guten Job, aber die Leute, die ihn dafür besetzt haben, das passt halt so vorne und hinten nicht, weil er ist halt, er ist halt ein krasser Typ, er ist ein krasse Kämpfer, er hat diesen krassen Heldenblick, so diesen Anime-Heldenblick und dann ist er dazu auch noch irgendwie ein Privatdetektiv, schräg, schräg Universal Soldier Ja, ähm, und dann die Wahl der Stimme, ich kenne nichts aus, ähm, aus dem OV, muss ich sagen, ähm, hab mir da keinen japanischen Trailer angeguckt, ähm, aber ich würde noch gerne ganz kurz, ähm, einmal zurückspulen, was du erwartet hast bei dem Film. Ja, was hab ich erwartet, also ich fand den, 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 ich muss jetzt immer auf den Netflix-Film, äh, mich beziehen, ich fand den nicht ganz großartig, aber ich war dann doch irgendwie interessiert, als, äh, ne, als wir hier das Angebot für den Screener bekommen haben, okay, was ist denn das, auch dann ein Anime, der wahrscheinlich ein bisschen mehr, äh, originalgetreuer ist und ich hab halt auch so eine unterhaltsame Detektivgeschichte erwartet. Ich hab mir auch diesmal nicht, ich guck mir in der Regel eigentlich immer sehr, sehr gerne Trailer an, ich hab mir diesmal den Trailer vorhin nicht angeguckt und wusste nicht, ja, was auf mich zukommt und, also, das, was ich erwartet hab, hab ich nicht wirklich bekommen. Was waren denn deine Erwartungen? Ja, ich, ähm, da ich ja den Trailer geguckt habe, fand ich es grundsätzlich schon cool, ich hatte so ein bisschen, nicht, nicht durchweg, aber so ein bisschen, kennst du Spriggan, zufällig? Sag mir nichts tatsächlich. Okay, es ist auch ein Manga und es ist auch ein Film und den hab ich geliebt früher, also wirklich, ich hab den bestimmt hundertmal geguckt und da waren so zwischendurch mal so kleine Vibes von diesem Film und dann dachte ich mir, oh, vielleicht ist das geile Action, ähm, wer weiß, was da auf mich zukommt und dann haben wir ja eben schon, eben schon gesagt, dass, ich war komplett, ich war komplett umgeblasen im negativen Sinne von dem, was die ersten 40, 45 Minuten da uns, uns erwartet hat, das haben wir ja grad schon durchgekaut. Und dieses, also dieser, dieser Sexismus gepaart mit diesem, haha, guck mal, ist doch alles gar nicht schlimm, weil er kriegt jedes Mal mit einem 250 Tonnen Hammer, steht auch die Zahl, steht ja immer drauf, ein übergeballert von seiner Partnerin, ähm, ja, das hat mich sehr überrascht und richtig genervt, ja, das sind Erwartungen und die wurden nicht erfüllt, leider, nein. Ja, ist halt auch so komisch, ich versteh das, also, vielleicht ist das auch so, ne, so Fanservice, aber ich check das nicht, weil diese Grundstory, die ist natürlich platt, aber, ne, du hast Universal Soldier angesprochen, das hätte ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Mission Impossible ein bisschen übertrieben als Anime sein können, weil, was da quasi für Organisationen hinterstecken, das ist ja, bietet ja irgendwie Potenzial für so eine nette Agenten- und irgendwie Action-Story, aber, dass ich dann so viel Zeit gelassen wird, einmal mit diesen sexistischen Gags und dann auch ganz viel Essen, also ich finde das irgendwie schön, ich freue mich auch immer in Animes Essen zu sehen, weil es sieht immer fantastisch aus und ich denke, ich will das auch essen, aber für diesen Film war das einfach nur so eine weirde Füllzeit, die, ich, ich hab das nicht gecheckt. Ja, das ist ja so, Japan und Südkorea, da hat man das auch ganz viel, Essen ist halt wirklich, das ist ja einfach nicht nur, man kocht mal schnell und futtert das weg, sondern das wird, auch wenn die teilweise das in sich reinstopfen, aber Essen ist immer wirklich wichtig. Ähm, das hast du ja auch, sei es Rahmen bei Naruto oder Son Goku, der immer futtert wie, wie sonst was, das hast du damals wie heute ganz, ganz häufig, aber ja, das ist leider eher so, das wirkt halt wie, das erste wirkt halt wie so eine Filler-Folge, so eine klassische Filler-Folge und dann gibt's 45 Minuten Film, ja, das ist ein bisschen schade, ähm, das ist halt so der absolut für mich, äh, falsche Fokus in der, ähm, in der ersten Hälfte, so, das ist ein wilder Genre-Mix, da wäre die nächste Sache zu den Figuren, ob die dich, haben die dich abgeholt? Nee, also das soll ja alles lustig sein und dann haben die ja irgendwie so eine vermeintliche Team-Dynamik, aber, also ne, klar, auch bei Animes gibt es halt immer irgendwie sehr übertriebene Stereotype-Figuren, okay, damit, damit kommt man zurecht, ich mein, Naruto und, äh, Ruffy bedienen auch total den gleichen, äh, Stereotyp und auch Son Goku, das sind halt irgendwie diese, diese leicht trotteligen, verträumten Helden halt, das ist ja ganz häufig so, aber irgendwie, weiß ich nicht, also, ist halt auch schwierig, das ist ja nicht so, dass Rio irgendwie erst mal als cooler Typ eingeführt wird, sondern er wird halt so, er, also er wird, er ist erst mal dieser Ekel und später darf er denn cool sein, also, nee, das, nee. Nee, ging's dir ähnlich? Ja, ja, das ist das, das ist, weiß ich nicht, also, ich bin wirklich dadurch, dass wir im Jahr 2024 leben, ein bisschen, tatsächlich ein bisschen erschüttert darüber, dass das exakt so abgesegnet wurde, ähm, selbst wenn die Adaption damals, aus den 80ern, wo das ja wirklich, also, da kräht kein Hahn nach, ob da jetzt, wie krass da jetzt irgendwie, ähm, die sexuelle Belästigung stattfindet, das ganz machomäßig ist das ja sehr, 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 sehr häufig so gewesen, bis hin in die 2000er noch, ähm, hier zum Beispiel, ähm, hier zum Beispiel, ähm, hier zum Beispiel, so, der, der war ständig, der hatte ständig Nasenbluten aus Gründen, so, ne, und das Ganze einfach ein bisschen runtergedampft, also extrem runtergedampft, ähm, dann wär das trotzdem einfach noch, einfach dumm gewesen, hätte aber vielleicht ein bisschen gepasst, ähm, und es muss ja nicht komplett, also, wenn er wirklich so ein Lustmulch ist, dann kann er ja einer sein, und wenn er so entwickelt wurde damals, okay, aber man kann sich ein bisschen anpassen, an unser Jahrzehnt, und das wird der Film, das wird den wahrscheinlich zu Grabe tragen, ähm, in den Kritiken, wenn das erstmal im Mainstream ankommt, also, ja, würde ich, würde ich vermuten, da gibt's, außer von den Die-Hard-Fans, die es nicht anders kennen, wird das wahrscheinlich eher negativ, ähm, negativ auffallen. Ja, und es ist ja nicht so, dass das ein misslungener Gag ist, dann hätte ich auch gesagt, okay, ihr seid da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, kann ich verzeihen, weil der restliche Film das nicht so macht, das ist ja halt super penetrant lange, und, also, es hätte ja auch sein können, dass das irgendwie am Ende gebrochen wird, dass am Ende er vielleicht nicht der krasse Typ ist, sondern eine der Frauen halt vielleicht den Tag rettet. Achso, ja, genau, ja, ja. Aber auch das, also, ne, auch da natürlich, ne, die sind alle irgendwie cool und bekommen alle ihre Szenen, und auch im Finale sind da schon Badass-Momente, aber er ist halt trotzdem der gute Held, und ihm wird quasi alles verziehen, weil er halt so krass ist, und, nee, ja, das ist halt, ja, ne, genau, andere Sachen kann man halt im Kontext ihrer Zeit sehen, und das ist wirklich, also, es ist fast schon irgendwie bemerkenswert, dass das so kaltschnäuzig ist, aber es ist halt auch scheiße. Ja, ja, das finde ich auch, das ist wirklich, die haben einfach auf alles geschissen und gesagt, wir machen das so, das wird der Knaller, die Leute werden es lieben, weil er, ja, er ist halt wirklich so ein richtiger Vollhonk, wenn er auf allen Vieren sabbernd da auf diese Frau zukriecht, in übertrieben dargestellten Animationen, das ist wirklich krass, und schade, dass das wirklich das große Thema ist, dass ich, über das man hier reden muss, bei dem Film, das hätte ich, wirklich nicht erwartet, ähm, was auch für den Film, äh, gegen den Film spricht, ist, und das ohne zu spoilern, ähm, eine Person, vermeintlich Bösewicht, wird erkannt, weil unser Hauptdarsteller dem, ähm, Protagonistin, ähm, Antagonistin an den Hintern gefasst hat, und später fasst er diesen Hintern nochmal an, ungebetenerweise, und weiß sofort, alles klar, den Hintern kenn ich, das muss der Typ, die, die Frau vom Anfang sein, ähm, und auf dem Level bewegen wir uns, aufgrund von dem Hintern, der da begrapscht wird, am Anfang, erkennt er später von den Hintern, denselben Hintern nochmal, also das, ich weiß nicht, da war ich schon, da war ich schon raus. Das ist super, bitte, auch wenn man natürlich sagen muss, ich, ne, wir spoilern das nicht hier, aber, also, die, die Reveals, oder wer hier böse oder gut ist, also, überraschend war das nicht. Nein, 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 ach Quatsch, überraschend war eigentlich gar nichts, außer, ähm, warum der Ryu Saiba, und das nur für die Unwissenden, die vorher nichts davon konsumiert haben, warum der so krass ist, der hat angeblich, ja, es hat, es hat Gründe in seiner Vergangenheit, weil er hat was überlebt, ähm, ja, und das ist wahrscheinlich für die meisten kein Reveal, weil das in der Story wahrscheinlich so verankert ist, ich bin gespannt, der nächste Teil kommt ja, weil das ist ja, so wie ich das gesehen habe, the beginning of the final chapter, oder wie heißt das? The final chapter begins, steht auf dem, ja, auf dem Poster drauf, ähm, das heißt, es kommt der nächste Film in nächster Zeit, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung, ähm, vielleicht, auch wenn, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt, vielleicht, äh, schnappen wir uns den ja, dennoch, um das wenigstens, äh, zu Ende zu bringen, würde ich jetzt einfach sagen, dass wir das machen, Punkt. Ah, okay, okay. Ja, du bist, du bist jetzt mit mir gefangen, ähm, um, um gegen den Sexismus zu kämpfen, in, in diesem Film, ähm, deswegen, deswegen machen wir das, ja, ist ein bisschen schade, aber kennst du, ähm, den Anime Lupin, Lupin the Third? Da gibt es ja auch ganz, ganz viel, das Einzige, was ich, ähm, von ihm gesehen habe, ist das Regie-Debüt von Hayao Miyazaki, äh, das Schloss des Kaliostro, da geht es ja auch um ihn, um einen, äh, der Lupins und das fand ich sehr gut, muss ich auch sagen, das, also, ist vielleicht ein bisschen traurig zu sagen, aber das war vielleicht so das Highlight des Films, oder? Ja, ja, genau, genau, das ist, ähm, das, ja, das ist keine wilde Große, das ist kein Spoiler, kein Twist, kein gar nichts, ähm, weil die scheinen untereinander in den Filmen immer mal wieder oder zumindest ein, zweimal aufzutauchen, weil der Rio Sabre taucht in, ähm, Lupin the Third versus Cat's Eye auf, hab ich nachgelesen, das wusste ich nicht, ähm, aber Lupin hab ich erkannt, wahrscheinlich ist das das Highlight, ja, und zum Schluss nochmal, der Kampf vielleicht, es war nicht clean animiert, aber das fand ich, ähm, fand ich ganz cool eigentlich, als dann, als dann der Schuss fällt und dann der Kampf beginnt, der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ja, kann ich verstehen, da denken sie sich da doch ein bisschen was aus, ich war halt echt da schon in der Stimmung, dass mir das alles ein bisschen egal war. Absolut, das sowieso, ja. Und man muss ja auch sagen, also ich finde visuell, der sieht halt in Ordnung aus, aber der sieht halt, finde ich, auch aus wie ein, wie eine Serie, also ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt denke, oh, das ist ein Kino-Anime, dass es jetzt irgendwie herausragende, spannende Bilder gibt, die ich irgendwie noch nie, noch nie gesehen habe. Das ist halt alles okay, gezeichnet, es gibt ab und zu so ein bisschen, äh, CGI-Einsatz, aber, also, wenn ich so denke, für so ein Action-Anime, brauche ich mit denen, glaube ich, nicht angucken, bis aber auch so ein bisschen an diesen blassen Antagonisten lag, die da waren. Ja, das finde ich auch, also bezüglich Action gibt es einfach Besseres und von der Animation her finde ich es auch, es ist so ein bisschen wie die, ähm, die Filme, die Zeichnetze von DC, die sind auch immer, die haben immer ein richtig krasses Cover und sind dann recht billig produziert einfach, auch wenn ich viele davon sehr cool finde, aber so ungefähr das Level ist das, ähm, dann so sieht es noch aus wie aus den 80ern, 90ern gezeichnet tatsächlich, kann auch manchen gefallen, aber wir bewegen uns hier nicht auf, ähm, Hayao Miyazaki-Level oder Makoto Shinkai oder so, also das sind zwei komplett unterschiedliche, äh, Welten oder Universen, gar kein Vergleich. Ja, diese Entscheidung, diesen, diesen Stil, so, äh, ein bisschen retro zu bedienen, fand ich auch cool, aber gerade dann halt, dann hätte ich ja gesagt, da muss man ja auf Computereffekte verzichten, weil das beißt sich ja. Oh ja. Ich mag das generell nicht, es gibt Animes, da finde ich, wird das besser integriert, aber hier finde ich, hat das, hat auch nicht zusammengepasst, leider. Also, es gibt auch Animes, wo ich schlimmer fand, das war halt alles irgendwie okay visuell. Also, ich, da hab ich, ich hab, war nicht begeistert, aber, ja, hat man halt so runtergeguckt, was rein erstmal die Optik angeht. Ja, das denke ich auch, es wird immer, es gibt immer Filme, die das ein bisschen überreizen, aber das ist auch, das ist gerade, was du vorhin sagtest, der Look einer Serie, das, das CGI-Level, und das ist ja meistens in Gängen oder, ne, wenn sie, wenn sie Auto fahren oder so und auf die, die Straßen und so, das wird oft über CGI geklärt und das, wenn man zum Beispiel das wandelnde Schloss, jetzt sind wir wieder bei Ghibli, das Schloss ist auch CGI, aber dann haben sie da drauf die handgezeichneten Sachen gepackt und das ist halt wieder das Level, das ich eigentlich in einem Kinofilm sehen möchte. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die DC-Filme nicht ins Kino kommt. So, die kommen direct-to-DVD oder direct-to-Video und dann konsumiert man diese weg. Aber das hier hat eigentlich im Kino vom, vom, vom Level her nichts zu suchen. Ne, und selbst, also wenn wir Streaming-Filme angucken, Netflix bringt ja einige Andi-Mansi-Hurts-Filme auch zumindest international exklusiv raus. Also dieses Jahr ist schon The Imaginary gestartet von Studio Pornhawk oder da ist auch My Oni Girl gestartet und die sehen beide viel, viel, viel besser aus als dieser Film hier leider. Also nicht leider, weil die Filme sehen sehr schön aus, aber im Vergleich ist es halt schon irgendwie ärgerlich. Ja, das ist es. Das ist es. Und ansonsten, ja, fällt dir noch irgendwas ein? Außer, dass wir man, dass wir uns jetzt einfach nochmal aufregen können. Das haben wir, glaube ich, zu Genüge getan. Ich würde einfach sagen, es sind zwei Filme in eins geklatscht, so vom, vom, vom Feeling her. Das Ganze ist, ähm, die Jagd nach dem McGuffin, ähm, und das war's. So. Fällt dir noch irgendwas ein? Ne, also quasi, das, das Einzige, was diesen Film so ein bisschen abhebt, ist halt, ist halt der unangenehme Hauptfigur, weil sonst ist das alles sehr Standard, aber leider nicht auf die unterhaltsame Art. Also ich meine, keine Ahnung, wenn man Action-Filme guckt, dann ist die Handlung jetzt nicht das Relevanteste, sondern ist es auch völlig okay, dass man irgendein, ich meine auch, der letzte Mission Impossible mit der KI, als ob das irgendeine Rolle groß gespielt hat. Das war einfach nur, nur ein Argument, um von einer geilen Action-Szene in die nächste zu springen, aber diese Highlights fehlen halt hier. Also auch, wenn man sich den Trailer anguckt, es gibt irgendwie so eine Autoverfolgungsjagd oder sowas, aber das ist halt auch nichts Spektakuläres leider und ja, ne, schade, wirklich schade. Ich, ich, es kommen, finde ich, immer, immer noch zu wenig, es sag ich, gefühlt immer, wenn ich über Anime-Filme, es kommen zu wenig Anime-Filme nach Deutschland und ja, das ist jetzt leider nicht, dass er hoffte, sowas, was ich mir erhofft habe. Ich weiß nicht, wie es Fans da geht. Ja, genau, das würde mich auch mal interessieren, aber damit kann man die ganze Sache abrunden. Falls irgendjemand da draußen richtig krasser Fan ist, dann, und auch abseits davon, ab auf den Discord-Server, den könnt ihr euch schnappen, den haben wir jetzt. Ähm, wir sind doch schon eine ordentliche Portion Leute, die 100 wird demnächst geknackt, würde ich sagen. Ähm, schaut uns, hört uns, nicht schaut uns. Ihr könnt euch uns auch schauen, aber dann, ähm, die Fotos gibt's nur auf dem, gibt's nur auf dem Discord, im Privat-Channel. Aber, ähm, uns gibt's überall, wo's Likes gibt, wie immer, und ansonsten hören wir beide uns, ähm, spätestens, wenn der zweite Film kommt, abgesehen davon, dass ich weiß, dass wir die Tage noch im Film besprechen. Aber, ähm, wenn Teil 2 kommt, The Final Chapter, dann, ähm, werde ich dich wieder dazu zwingen, ähm, den mit mir zu besprechen. Vielen Dank, Johannes. Dann darfst du noch einmal ganz lieb Tschüss sagen und dann sind wir raus. Ja, ich danke dir natürlich auch und ich sag einfach mal jetzt als Empfehlung, schaut euch vielleicht einfach mal das französische Realfilm-Remake an. Vielleicht ist das ja besser, ich weiß es nicht, aber ich behaupte, dass der besser ist. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammfisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.